Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video zum HOMETIC IP Starter Set Alarm und ich habe die restlichen Komponenten im Starter Set eingerichtet. Das ist der Bewegungsmelder, wie rechts im Bild erkennbar und das ist die Alarmsirene. Wie wir gerade gehört haben, oder ja, wie wir gerade gehört haben, habe ich mich kurz bewegt und genau diese Bewegung hat die Alarmsirene ausgelöst, der Bewegungsmelder hat es dann wahrgenommen. Da ist eine kleine Verzögerung von zwei, drei Sekunden drin, aber die Kommunikation zwischen den Geräten funktioniert ansonsten tadellos und wie man sieht, ist genau das die Funktion, die ich ebenfalls mit den drei Komponenten einrichten könnte. Ein Bewegungssensor, irgendwo im Haus aufgebaut, ich verlasse das Haus, ich aktiviere den Alarmmodus, den Schutzmodus, jede Bewegung löst den Alarm aus und verschreckt den Einbrecher oder aber natürlich auch zum Beispiel das geöffnete Fenster, das wiederum den Alarmmodus dann auslösen könnte. Und genau das ist, was das Set im Endeffekt liefert. Das sind die Möglichkeiten, die ich mit dem Set im Endeffekt habe und mehr kann ich zu Beginn meiner Arbeit mit Homematic IP beziehungsweise mit dem Set eigentlich nicht tun. Ich kann eine Tür überwachen, ich kann ein Fenster überwachen, auch bei geöffnetem Fenster. Hier ist der Sensor. Wir haben ihn jetzt einfach nur mal auf die Seite gelegt. Geht der Alarm ein. Im letzten Video hatten wir hier noch eine Meldeverzögerung eingestellt, deshalb meldet hier der Alarm nicht sofort, sondern es dauert circa zehn Sekunden, bis überhaupt erkannt wird, dass ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird. Funktioniert aber, wie wir jetzt schon zum zweiten Mal gehört haben und das ist dann auch das letzte Mal sehr hervorragend. Was bedeutet das? Ich kann eine Tür überwachen, ich kann ein Fenster überwachen, ich kann irgendwo Bewegung überwachen an einem sehr, sehr wichtigen Punkt oder vielleicht am Haupteingang und das war's. Irgendwo gut hörbar für die Nachbarn kann ich noch die Sirene anbringen, damit auch dann wiederum alle wissen, dass da vielleicht etwas vor sich geht, wonach man schauen sollte. Wenn ich weitere Sachen machen möchte, also wir hatten ja gestern schon kurz geguckt, ich könnte mit dem Fenstersensor auch die Heizungssteuerung, bräuchte ich ein Heizungsventil, ich könnte Licht steuern mit dem Bewegungssensor, dafür bräuchte ich aber den entsprechenden Schalter, damit das Licht an und aus geht. Dann muss ich hier zukaufen. Das ist also wirklich bloß die grundlegende Basis und das ist wirklich bloß die grundlegende Funktion, die ich für den Preis erhalte. Alles, was darüber hinausgeht, muss neu gekauft werden. Ich muss gleichzeitig auch dann gucken, ob die weiteren Komponenten, die ich mir noch vorstelle, also Schalter für Lampen, Heizungsthermostate, auch genau die sind, die ich möchte. Denn ich muss mich hier im Homematic IP-Verbund bewegen, wichtig, immer auf das IP achten, damit die Kommunikation hier gewährleistet ist. Ist ein bisschen anders als zum Beispiel im Bereich Setway, wo ich ja unterschiedliche Hersteller problemlos miteinander kombinieren könnte und auch integrieren könnte und das Ganze funktionieren würde. Insgesamt aber eine positive Erfahrung. Die Einrichtung ist einfach. Wir haben es gesehen, die Inbetriebnahme auch mit den verschiedenen Wegen der doch wunderbar leuchtenden Statuslampe wurde mit bedacht. Dem Nutzer wird geholfen, der Nutzer ist beruhigt. Und dann das Einrichten einfacher Regeln, überhaupt gar kein Problem. Das Aktivieren des Alarmmodus, überhaupt gar kein Thema, geht direkt hier über die Startseite der App und auch das Deaktivieren des Alarms problemlos. Ich kann also mit dieser App sehr, sehr gut arbeiten. Ich muss nicht viel Ahnung haben von zum Beispiel Automatisierungsregeln, da tatsächlich hier der Auslöser oder weitere Zusatzbedingungen und die Aktion. Es ist sehr, sehr logisch aufgebaut. Ich kann eine Regel auch vorübergehend deaktivieren, wenn ich möchte. Es ist sehr, sehr einfach. Wirklich nutzerfreundlich, schick gestaltet, bietet nicht viel Möglichkeiten, um aus dem vorgegebenen Rahmen auszubrechen, aber einfach und verständlich. Das soll es dann auch mit meinen Videos zum Homematic IP Starter Set gewesen sein. Klar, mehr ist auch nicht drin im Set. Wer Fragen oder Anregungen hat, kann die gerne in die Kommentare unten drunter schreiben. Allen anderen wünsche ich erstmal einen schönen Tag und bis bald.